So, es fahren immer wieder Polizisten, da kommen wieder welche. Es regnet. Drei Polizeiwagen nur. Aber es sind noch zwei Polizisten mehr da. Und wir überlegen, was ist. Es sagt uns keiner, was ist. Ein Mensch wird die ganze Zeit untersucht. Ja, ist egal. Wir verstehen nicht, was los ist. Was ist da? Es ist der Mann von der einen Frau. Und es soll ja keiner zu Schaden kommen. Wir gucken mal. Es wird dunkel. Ein Polizeiwagen fährt wieder weg. Gutes Zeichen. Gutes Zeichen. Gutes Zeichen. Und es gibt auch Beobachter. Wahrscheinlich passiert irgendwo etwas ganz Schlimmes. Und das ist ein Ablenkungsmanöver. Wisst ihr, was ist? Es passiert irgendwo etwas ganz Schlimmes. Wir haben eine Kamera im Auto. Ich habe hier auch eine. Der will den seinen Nacken hassen. Ich filme die die ganze Zeit. Guck mal. Mach das nicht. Hör auf. Lass das. Doch, mach das. Mach es. Du bist mutig. Aber lass es lieber, weil wir wollen nicht so viel Aufmerksamkeit. Da ist jetzt der Polizist. Der Beobachter ist weg. Haben die den jetzt auch befragt? Weil ich habe den auch befragt. Single. Ich bin immer um Single, glaube ich. Scheiß. Geh mal eine Zigarette. Ich habe Zigaretten. Ich stelle mich jetzt in den Blitz. Das heißt Wetter. Ja, genau. Ja, noch schlimmer geworden. Ja, da ist noch einer, der filmt. Wir wissen nichts, was ist. Wir überlegen schon. Noch zwei Bullenwagen. Nur noch ein Bullenwagen. Da hinten ist noch einer. Oh, das Gewitter kommt. Beobachter ist ja. Wir passen auf. Wir können keinen mehr opfern. Nothing else matters. Na, genau. Ich tue halt immer so, als würde ich telefonieren. Die versteckte Kamera. Für alle. Alle für einen. Einer für alle. Pipapo. Dubidubidu. Ich tue. Ich tue. Oh.